Marius Ola! Von dir ist August der 27. hier in Strockland. Das ist von dir und wird ein krascher Koller Marius. Das war ein sehr magelster Marius. Dass ich euch sagen kann und erst noch mal gerutschen bin über Feuer. Ich will jetzt noch hier die Schlupen gewohnt, so ich will hier nicht abstehen. Ich will von dir wissen, dass ich zwei Wackes mit Fleisch zu werden. Meine Mama merkt noch mal so, dass das gleiche ist. Schmeckt sehr schön. Ich will wissen, was ich mir gemerkt habe. Und was auch du nimmst. Wenn sie dann die Taco Fleisch nimmst, wenn sie dann die Chili Kollerarau oder etwas Bäres von dir. Ich glaube die gleiche ist, dass sie auch. Die sind sehr herrlich zum Nachmeldet zu der Arbeit nehmen oder dich hingehen mit der Schule schicken. Oder wo immer. Oder bloß zum Nachmeldet nehmen, wo ich hingehen weiß, wo vorher. Schmeckt immer schön. Dann werde ich Ihnen wissen, was wir brauchen zum Dich herr. Hier haben wir Mehl. Wir wollen von euch hier Feuer und Hohlküffel Mehl brauchen. Und hier haben wir ein Hohlwitz Küffel Zucker. Und hier haben wir ein Teilepel Salz. Und hier haben wir zwei Hohlf Teilepel Hebe. Ich habe eine Hohlf Teilepel Hebe. zwei Teilepel, wo ich gehe, und zwei Hohlf Teilepel, wo ich gehe, Levadura, Yeast. Und hier haben wir ein Hohlwitz Küffel Worme Wutter. Hier haben wir ein Hohlwitz Küffel Butter. Das wollen wir uns noch schmelzen. Ein Hohlwitz Küffel Butter. Und hier haben wir drei Viertel Küffel Worme Malch. Und hier haben wir zwei Ära. Nun haben wir das Ola-Töpere, was wir wissen. Und da wollen wir Dich machen. Dankeschön. Okay, jetzt haben wir ein Hohlwitz Küffel Worme Wutter. Und dann die Hebe hier nehmen, die Yeast. Und jetzt haben wir ein paar Küffel Zuckermunk, damit die die Hebe wieder gehen. Nun haben wir ein Hohlf Küffel und jetzt haben wir ein Hohlfes Küffel und jetzt haben wir ein Hohlfes Küffel Dann ist das immer gewesen. Okay, den Tee-Pot die Hebe hier gut und das wo wir hier von euch ungefähr zwei Läpel Mehl nehmen. Wir wollen mal zwei Läpel aufhauen. Und dann wollen wir das Salat nehmen. Und dann das Zucker. Dann wollen wir dort sehr fein der hier. Und wenn die bleiben eigentlich von der Schwiegchen vergrinnt zu hängen haben, dann sehen wir hier auch. Ich war gestern mit Choke-Cherries oder mit wilden Toschen geklaut und ihr seht das war sehr Schwiegchen vergrinnt. So, dort nicht nur Dich kneten über. Anyway, das ist ein vergrinnt rein. Das ist ein rein. Aber die sind so rückbleib verklaut. All die Choke-Cherries wurden drei Arme voll geplot wilde Toschen und dann die Syrup vermerken. Das war gut und dann von einer sehr schöne Maltmauskirche oder Syrup über die Pan-Kirchen oder so. Oder sogar mit Wien mehr. Und die von dort würde ich noch nicht Schaufen. Hier haben wir alle Fähne gelegt. Jetzt die Hebe wird ein bisschen abgehauen und dann können wir alle vergrinnt. Okay. Jetzt sind wir bereit. Jetzt haben wir die geschmalktene Butter. Jetzt wollen wir die Maik noch ein bisschen machen. Jetzt wollen wir die Hebe näher gelegt. Der hat nicht so viel viel gelegt. kann sein. Uiuiuiui. Säure Fein. Und dann haben wir die Mehl oder die Butter und die Malch hier gemacht. Und dann woher wir das anfangen zu rieren. Und dann wir anfangen an die Mehl zu rieren. Und dann wir noch das wieder haben. Und ihr merkt das so einfach dass die Männer machen. Und dann merkt das nicht so viel schmierig. ich weiß, dass das leichter abkriegen. Einmal haben wir das hier, wo wir haben hier eine Schmarrer und dann wo wir fangen die Mehlmang zu kreieren, und da waren die Hängerschweine, meine vergründete Hänge. Das ist ein Rötbleib von Billikorschen vorbeerenden Pläcken. Nun will ich hier Mehlmang kreieren, dann will ich umknäten, wo die Schmarrer sind. Dankeschön. Schau mal, wir haben die Schmarrer verriert. Wow! Nun werden wir hier mit Tau danken und dann werden wir verdoppelt erst und von dort wieder, mit Wurmbordbeeren. Dankeschön. Hier haben wir Schmarrer viel gemerkt, wenn die Schmarrer waren, sehr schön. Okay, da war ich in Wiesen, was wir in dieser Folge die Stab der Treibach geschnitten werden. Hier haben wir Fleisch, das ist Chili Colorado, das ist Schweinfleisch, mit einem Rau der Salsa Darmann. Hier haben wir Wirtn-Kaisen, die können unter den Kaisenbrücken gewählen. Und hier haben wir Disco-Fleisch. Dort ist Rindfleisch und Schweinfleisch stechen unter. Witzes Taco-Fleisch. Die können Sonnfleischbrücken gewählen. Dankeschön. Nun guckte mal, die haben sich verdoppelt, über eine Stunde. Nun werden wir wieder geschaffen. Okay, da kann ich mal wissen, wo wir das merken. Okay, jetzt haben wir uns hier ein paar so ein bittiges Stegreit gemerkt, ein Bultes gerollt. Ich denke, hier ist das Mehl und dann stauern wir es mit Fersen, weil wir eine Tartiere rollen wollen. Das ist eine Tartiere. Und dann wollen wir das Fleisch ernähren. Und dann, ich zeigte mal, der hat das Sollstoffe, nicht Kraxstoffe, Kraxstoffe. Dann nehmen wir einen Lepel Fleisch, wenn wir es dort mehr nehmen, dann kriegst du es dort. Und das ist ein Fanchise. Ui, jai, jai, das leck, was aber sehr schön schmeckt. Dann nehmen wir den Engel, das ist das. Dann kriegst du es dort. Dann kriegst du es dort. Dann kriegst du es dort. Soll ich den Arten in zwei machen. Soll ich es dort machen. Dannepherden wir alle auf der Tartiere nehmen. Noch einmal. Das ist dort. Dann drehen wir den Arten. ein bisschen schmack rund machen für den Jungen. Schau mal, wo alles steht. Und dann werden wir die Backen. Dankeschön. Okay, da können wir noch ein Wiesen. Das ist ein Klippästchen, wenn wir hier ein Klippästchen Mehl entdecken. Und dann werden wir dann sehen, was die Übertragung ist. Das wird ein bisschen in der Lenkel gesehen. Das können wir nicht einmal wiesen. Schau mal das. Das liegt mit so einer lange Pan Blanco. Da braucht man nicht bis einmal kräg runde Tröber geserbt. So. Das wird ein Klippästchen länglich unterrollen hier. So. Dann werden wir ans Disco Fleisch. Und das ich sage, ich kann so ein Fleischbrot, was ich will. Ich will das Fleischhafte Eichhaken machen, Peperschauten, Sparken, ich weiß nicht was alles. Da werden wir auch Sachen machen, dass ich an der Kante schieren muss. Das werden wir immer nicht backen. Und dann, das ist meistens ein bisschen verdässlich geworden. Aber dann werden wir uns zu Hause immer. Und da werden wir Sachen machen, dass wir an der Hänge haben, weil wir den Tabakten, so dass man das auch schieren muss. Dann spritzt die Hänge, auf der Welt nicht backen. Und dann nehmen wir so das. Und dann, und dann, eins zum Beispiel nach dem Monat, und dann bitte die Fingerschen bitte andocken, so dass ich anbauen werde, und die Fingerschen. Und dann, wo ich entwiesen, machen wir den Schlängern. So, das ist am besten gespielt, weil ich noch hier, ich werde aufbieten, in den Schmack. Und da, wo ich sage, wie das Ola wird. So, check die mal. Dann nehmen wir den Spätz, da wir den bisschen, der Ewa, packen wir den bisschen an, dieser auch, krack zu stört. So, dann check die mal das. Krack, das hat auch nicht Schmack. Nu, wo wir den hier, loben, und die Baten, 375 Grud, und die fein, brünen sind, und da sind die Leute, zu essen. So, jetzt haben wir die Plästeckes, alle rein. Und, nu, weil die hier, ein Geschleer und Ehe, wird die vermogen, alle ein bisschen, beperzeln, wenn die dann kriegen, in eine Seier, ströme, jählbrühende Klier. Das darf die nicht, einzig, dann nehmen wir Butter, beperzeln, aber, ich kaufe ja nicht Butter, habe ich euch alle, abgebrockt, wo wir trotzdem da und, wo ich sagen, looten, aber das waren die Butter, wo ströme, das war zu looten. So, alle, sie starten, beperzeln, und, dann, wo ich mir leise, wie es sagt. Okay, und, dann, was ich gemacht habe, ist, dann legt die Butter, noch alle weh, ein klein, ein bisschen Kies. So, dann wird die Kies noch, die kann ich auch, so einen anderen Kies, wie ihr wählen. Und, dann muss ich sagen, wir dort, was zu looten. vieles, 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 jetzt, wir werden die Backen, Dankeschön. Na, dann werden wir den mal aufschneiden, und sein wird, in der Z. Ho, 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 das regt ihr mal, jetzt, 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 wir werden, jetzt, 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 schmacken. Jetzt werden wir den schmacken. Na, da werden wir den schmacken. Das sagt, dass wir immer dankbar sind, das gehört zu uns. Und wir kriegen nicht immer, was wir wollen, sondern wir kriegen, was uns fehlt. Und jetzt werden wir den schmacken. Wenn wir so eine Wormat in der Wormat bringen, dann werden wir sehr freundlich und alle aufhören. Ich brauche heute kein Pepperschoten-Bee, ich kann hier ein Pepperschoten machen, das Fleisch machen. Das ich sage, ich kann so ein Fleischbrot zu wählen. Wir essen die Tee nebenher auch. Das wird mein Frühstück von der was. Mhhh, merkt das auch? Ich habe hier eine Tante, das wird auch wieder was verhandelt, so dass es dort wird. Wir können hier frieren, dann kann ich hier abdrehen, weil ich heute ja frieren. Das schmeckt so schön, ganz schön. Das immer wieder ein Pepperschoten-Bee. Das ist ein Pepperschoten-Bee. Da war's und an das Fleischfoten sich, sehr gut zu sprechen. Ich habe hier ein Pepperschoten und auch ganz rechts vergessen. Das ist ein Pepperschoten-Bee. Das sind Rätchen-Bee. Das ist ein Pepperschoten-Bee. Musik 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 Seht, Schicksal. Das geht nicht lang. Na na, na. Was war? Das ist ja noch ein Minute. Da war es vor euch. Freya-Pan. Freya-Pan. Oh, was das gleich? Untertitelung des ZDF, 2020